Hallo meine Freunde und schön, dass wir wieder am Start seid zur weiteren News zum Eurotraxmonitor 2 und der kommenden Version 1.47 und dieses Mal geht es um die eigenen 4 Auflieger. Ja, im ATS haben wir die ja schon und jetzt will uns SDS schon die ersten Bilder bezüglich Videos schon zeigen zu dem neuen Aufliegertyp. Ja, und wir gucken uns die einfach mal an. Wie gesagt, die gibt es so noch nicht im Eurotraxmonitor, aber schon im ATS und diesen hier finde ich wirklich sehr, sehr hübsch. Und das wird natürlich nicht alles sein, was in der 1.47 wird kommen, denn SDS wird uns bestimmt das ein oder andere noch spendieren. Sonstige Animationen gibt es nicht. Man kann hier hinten noch ein paar Lichter ran machen und Seitenkästen und natürlich auch ein bisschen farblich anpassen. Aber der hier sieht wirklich echt schick aus, muss ich sagen. Also gefällt mir vom Optischen mit den ganzen Lichtern hier dran sehr, sehr schön. Und da würde ich jetzt einfach mal ganz kurz hier reinschalten. Was da noch alles so kommt, werden wir sehen. Aber da ist er. Ja, schön, schön, schön. Die Qualität ist natürlich jetzt nicht so berauschend, aber ich denke mal, das reicht erstmal, um da ein bisschen zu schauen. Also ja, es gibt wie gesagt ein paar Versionen. Keine Originalfirma, aber ihr seht schon mit Lüftung oder nicht. Natürlich solltet ihr eine Lüftung einmachen. In Aktion, einem Volvo. Ach, die Qualität. Leider nicht so schön, ne? Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wann es hier rauskommt, weiß ich nicht, aber eins weiß ich, heute Abend bin ich live. Deswegen sehen wir uns. Bis dahin, euch ein Fisch und sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.